Die Gruppe 1 wird nächsten Samstag geschlossen. Nicht zur Jahreshauptversammlung erscheinen, weil wir haben unseren ersten Trainingstermin. So schaut's aus. Das heißt, die Nerven liegen doch ein bisschen blank. Ja, definitiv. Freunde, ich gratuliere euch zu diesem Ball 2014, aber wisst ihr, ich freue mich um 2015 auch schon. Die Weinkultur ist einfach gestiegen und die jungen Leute wollen auch einfach Wein trinken. Beides. Zuerst Shuttle-Service, dann Weinbau, nach der Weinbau wieder Shuttle-Service. Und die Mitternachtseinlage, das war aller Bonheur. Ein Schneewittchen habe ich überhaupt noch nie gesehen in dieser Konfiguration. Natürlich, speziell für den Feuerwehrball haben wir natürlich das Exquisite rausgesucht. Also wirklich das Feinste vom Feinsten. Rückschritt gibt's nicht. Es geht nur weiter. Wir müssen vorwärtschauen, wir müssen schauen, dass wir was weiterkriegen. Zuerst Shuttle-Service. Zuerst Shuttle-Service. Zuerst Shuttle-Service. Zuerst Shuttle-Service. Vielen Dank.